Hallo aus der Panzerhalle in Salzburg. Hier wird am Dienstag ein ganz großer Event über die Bühne gehen, der von der Uppercut Group organisiert wird. Wir dürfen noch nicht zu viel verraten, aber das Motto lautet Drive Together und wir bauen bereits auf. Wie es hier hinter den Kulissen zugeht, das dürfen wir euch schon zeigen. Also mitkommen, aber... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.